Um 7 Uhr abends wartete Steve Johnson vor dem Büro seiner Frau und war bereit, der lächerlichen Ehe, die er und seine Frau geführt hatten, ein Ende zu setzen. Leider übersehen manche Ehegatten die Warnsignale. Sie hatte noch nie Überstunden gemacht. Die eigene Kleidung verbessern. Abendessen mit den Mädchen. Weniger sexuelle Aktivitäten zu Hause. Steve war es nicht. Nachdem er das erkannt hatte, hörte er auf, sich darum zu kümmern. Nach Steves Schätzung dauerte das schon etwa zwei Monate. In diesem Moment sah er zum ersten Mal die roten Stöckelschuhe seiner Frau Angela bei der Arbeit. Sie verachtete hohe Absätze. Nur zu seltenen Gelegenheiten, wie Hochzeiten oder besonderen Anlässen, oder wenn sie sich in ihrem Schlafzimmer herausgeputzt hatte, erlaubte sie sich, sie zu tragen. Zu besonderen Anlässen trug sie karmesinrote Schuhe und weiße, oberschenkellange Strümpfe. Was Steve am besten gefiel. Seiner Meinung nach war ihr Liebesleben perfekt. Er erkundigte sich jedoch, warum sie im Büro nie Stöckelschuhe trug. Was soll das mit den Absätzen, Schatz? Ist heute etwas los? Erkundigte sich der Mann. Ich möchte einfach professionell aussehen, sagte sie, ohne sich umzudrehen und erklärte, Ich habe heute eine Besprechung mit meinem Chef. Ein professionelles Straßenmädchen vielleicht, dachte er bei sich, sagte aber nichts. Danach begannen die Überstunden. Von einer Stunde hier und da am Anfang weiteten sie sich allmählich auf zwei oder drei Stunden an mehreren Tagen in der Woche aus. Die Wahrheit wurde ihm bewusst, als die Ausgehabene der Mädchen begannen. Öffentliche Treffpunkte wie Nachtclubs, Lounges und Bars stießen sie ab. Ausgehen bedeutete für sie Kaffee trinken oder Abendessen. Zu allem Überfluss lehnte sie jeden ab, der Alkohol trank. Bei ihrem dritten Frauenabend begleitete er sie, als sie ein Herrenhaus in Glen Ellyn besuchte. Die Villa war ihm vertraut, da er dort schon mehrfach Partys veranstaltet hatte. Das Haus gehörte ihrem Chef, Martin Schindler. Nachdem sie eine Stunde gewartet hatte, pumpte Steve Luft in alle vier Reifen und fuhr nach Hause, zufrieden damit, dass dies ihre Absicht war und kein bloßer Umweg. Weder an diesem Abend noch an dem Wochenende, nachdem sie nach Hause gekommen war, sprach sie über die Reifen, aber er hörte, wie sie Jenny davon erzählte. Würden sie glauben, dass jemand gestern Abend die Luft aus meinen Reifen gelassen hat? Jenny fragte in einem fragenden Tonfall Nein. Wirklich? Ja. Gott sei Dank hat man sie nicht aufgeschlitzt. Sie haben einfach die Luft abgelassen. Ich konnte die Luftpumpe benutzen, die dein Vater mir in den Kofferraum gelegt hat. Wow. Wo warst du denn? Nur in einen Tanzclub mit meinen Freunden. Das solltest du in Zukunft vielleicht vermeiden, schmunzelnd antwortete Angela. Klar, Baby. Steve begann den Scheidungsprozess, indem er sich mit einem Anwalt traf. Aus diesem Grund hatte er sich vor ihrem Büro postiert. An diesem Abend würde sie bedient werden. Die 21 Jahre Ehe waren schön gewesen, aber er bedauerte sie. Jenny, seine geliebte Tochter und ein Vatermädchen, war im Alter von 17 Jahren aus dieser Verbindung hervorgegangen. Er war in einen Vertragsstreit mit seiner Arbeit verwickelt und brauchte einen Anwalt. Zu dieser Zeit lernte er Angela kennen. Sie wollte Anwaltsgehilfin werden, während sie früher als Empfangsdame arbeitete. Sie war umwerfend für ihn, und so lud er sie zu einem Date ein. Sie waren zwei glückliche Jahre lang zusammen, bevor er ihr die große Frage stellte. Und er glaubte, dass ihr Glück während ihrer gesamten Ehe anhalten würde. Das war auch so, bis sie begann, für Martin Schindler zu arbeiten. Obwohl er als Lkw-Fahrer viele Stunden arbeitete, nutzten sie ihre gemeinsame Zeit. Sie genossen Wochenendausflüge mit der Familie, wann immer Jennys Zeitplan es zuließ. Sie war ständig mit der einen oder anderen sportlichen Aktivität beschäftigt. Nachdem Jenny ein angemessenes Alter erreicht hatte, machten Steve und Angela gelegentlich einen Ausflug nach Galena, Illinois, um Weine zu besichtigen. Oder nach Lake Geneva, Wisconsin, um einzukaufen und sich zu entspannen. Ohne Jenny. Die Nachricht von Angelas Verrat ließ sein Herz sinken. Sie wurde immer unhöflicher zu ihm. Aber er ahnte nicht, dass sie untreu war, bis er ihre Stöckelschuhe sah. Von da an ging es nur noch bergab. Es war furchtbar gewesen. Und mit ihrem Verhalten wurde es noch schlimmer. An diesem Abend dachte er an ihr Gespräch zurück. Schatz, warum gehen wir heute Abend nicht essen und ins Kino? Ich habe einen seltenen Freitag frei und möchte etwas Zeit mit dir verbringen, kommentierte er. Du weißt, dass ich jetzt freitags mit den Mädchen ausgehe. Sie verlassen sich darauf, dass ich ihr Fahrer bin. Lass sie doch einen Abend lang Uber fahren. Bei den Überstunden, die du gemacht hast, und den Ausgehabenen, die du jetzt machst, sehe ich dich kaum noch. Nun, wenn du einen richtigen Job hättest, einen, der dich nicht dazu zwingt, rund um die Uhr abends und nachts zu fahren, könntest du mich vielleicht öfter sehen. Hast du aber nicht, und ich muss das seit zwei Jahrzehnten ertragen. Finde dich damit ab. Wir sehen uns später. Als sie ging, sagte sie kein einziges Wort des Abschieds. Er konnte kein einziges Wort sagen. Er folgte ihr, als sie in die Garage einfuhr, und beobachtete ihren Abgang. Eilig holte er seine Schlüssel und rannte nach draußen, um ihr zu folgen. Ihre Siedlung hatte nur einen einzigen Ausgang. Und von ihrem Haus aus dorthin zu gelangen, war aufgrund des verwirrenden Straßennetzes eine echte Herausforderung. Als sie die Main Street entlang ging, gelang es ihm, die Lücke zu schließen und sie zu Martens Haus zu begleiten. Er verbrachte den Rest des Wochenendes damit, ihr aus dem Weg zu gehen, und entschloss sich, am Montag einen Anwalt zu beauftragen. Er wollte eine faire und friedliche Auflösung der Ehe und hatte nicht die Absicht, zu einer Taktik der verbrannten Erde zu greifen. Er spürte, dass sie ihn aufgrund ihrer Worte und Taten nicht mehr begehrte, sodass es keinen Sinn hatte, sich an ein unsicheres Seil zu klammern. Im Grunde glaubte er, dass sie ihren Arbeitgeber sowieso haben konnte. Am Montag teilte er seiner Tochter die Nachricht mit. Sie betrügt mich, Dumpfbacke. Du magst den Unterschied in den letzten paar Monaten nicht sehen, aber ich schon. Sie ist aus der Ehe raus und schläft mit ihrem Chef. Das glaube ich nicht, Daddy. Das glaube ich nicht. Ich bin ihr zu seinem Haus gefolgt. Sie sagte, sie würde mit Freunden ausgehen. Das tat sie nicht. Sie ist zum Haus ihres Chefs gegangen. Aber ihre Reifen wurden im Club manipuliert? Nein, Schätzchen. Ich habe es getan. Und zwar im Haus des Typen, als ich sah, dass sie nicht in einen Club ging. Ich kann es einfach nicht glauben, Daddy. Ich auch nicht, aber es ist wahr. Als er so da saß, gesellte sich seine Tochter in Erwartung des Feuerwerks zu ihm. Daddy, bist du dir ganz sicher? Es ist absolut unmöglich? erkundigte sich Jenny. Nein, Kürbis. Es ist vorbei. Sie hat mein Vertrauen und mein Herz gebrochen. So einen Verrat kann ich nicht dulden. Was, wenn sie das Gefühl hatte, einen Grund dafür zu haben? Dumpfbacke, es gibt keine Rechtfertigung für eine Langzeitaffäre. Vielleicht, wenn es sich um einen einmaligen Vorfall im Zusammenhang mit einem Rausch handelte. Wenn sie vergewaltigt worden wäre, dann wäre das eine andere Geschichte. Nein. Sie hat diesen Weg eingeschlagen. Sie hat mich betrogen. Vertrauen ist das wertvollste Gut, das ein Paar haben kann. Es ist unmöglich, jemanden zu lieben, dem man nicht vertraut. Unsere Ehe ist am Ende, weil sie mich betrogen hat. Zwei Männer näherten sich dem Auto, als Jenny aus dem Fenster späte. Was für ein Idiot, rief Angela Johnson aus und blickte aus dem Fenster ihrer Anwaltskanzlei. Martin fuhr sie von hinten an und sie war dankbar für das goldgetönte Einwegglas. Ich kann es nicht glauben. Er dachte, er würde mich zuerst erwischen. Komm schon, Baby. Seine Frau, mit der er 19 Jahre lang untreu gewesen war, hatte das endgültige Scheidungsurteil erhalten. Er hatte Angela sechs Monate lang den Hof gemacht, um sich auf ihre Ablösung vorzubereiten. Die ständige Nörgelei seiner Ex-Frau über alles und jeden ging ihm schließlich auf die Nerven. Ihr Übergewicht wurde ihm langsam zu viel. Ihr Mangel an Libido machte ihm zu schaffen. Nachdem seine Zwillinge aufs College gegangen waren, trennte er sich schließlich von ihr, weil er sich schämte, mit ihr gesehen zu werden. Angela war genauso alt wie seine Frau, aber sie strahlte eine kultivierte Raffinesse aus. Sie war umwerfend schön und hatte die durchtrainierte Figur von jemandem, der viel jünger als 30 war. Martin half ihr bereits, ihre Kleidung auf Vordermann zu bringen. Und sie würde eine ausgezeichnete Ehefrau für seinen Geschäftspartner sein. Steve war schockiert, als er ein Klopfen an der Scheibe hörte. Sind Sie Steven Johnson? Er blies zum Fenster hinaus und schrie, ja. Sie haben eine Zustellung erhalten. Bitte lesen Sie die Unterlagen sorgfältig durch. Es gibt eine einstweilige Verfügung, die sie verpflichtet, sich 100 Meter von Angela Johnson, Jennifer Johnson und ihrer ehelichen Wohnung fernzuhalten. Was? Eine einstweilige Verfügung? Von Jenny? Jenny riss ihm den Umschlag aus den Fingern und sah sich den Kopf der Eheauflösung an. Die einstweilige Verfügung wurde ihm von ihr überreicht, sobald sie sie gefunden hatte. Er erhob seine Stimme und schrie, was soll der Scheiß? Oh mein Gott, nein, rief Jenny daraufhin aus. Daddy, ich schwöre, ich wusste es nicht. Was redest du denn da? Sie reichte ihm die zusätzlichen Dokumente. In den Papieren waren mehrere Ansprüche aufgeführt. Ehegattenmissbrauch? Kindesmissbrauch? Sexueller Übergriff auf eine Minderjährige? Jenny, warum? Daddy, ich schwöre, ich hatte nichts damit zu tun. Es ist eine Lüge oder ein Irrtum. Warte. Woher wusste sie, dass ich jetzt hier sein würde? Weil ich es ihr gebeichtet habe, sprach seine Tochter. Er war erschüttert über diese Worte. Als du mir gesagt hast, dass sie dich betrügt, habe ich sie zur Rede gestellt. Sie hat mir gesagt, dass sie es nur getan hat, weil sie einen Bericht eines Ermittlers hatte, in dem stand, dass du sie betrügst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hast du den Bericht gesehen? Nein. Du hast ihr geglaubt und nicht mir. Du hast zugelassen, dass sie mich reingelegt hat. Baby, warum? Ich liebe dich so sehr. Warum hast du mir das angetan? Ich habe dich gebeten, nichts zu sagen. Ich schwöre, Daddy. Ich wusste nichts von der einstweiligen Verfügung. Diese Missbrauchssache ist Blödsinn, ich schwöre. Ich habe so etwas nie zu jemandem gesagt. Er ignorierte ihre Schreie und schluchzte leise. Daraufhin sagte er, Du musst sofort abreisen, Jenny. Ich bin nicht mehr in der Lage, in deiner Nähe zu sein. Daddy, nein, schrie sie laut. Geh, oder ich könnte zu allem Überfluss auch noch verhaftet werden. Der Sheriff ist immer noch hier und beobachtet mich. Meine Güte, sie haben auch alle meine Konten eingefroren. Was für eine Scheiße. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, rief er aus, während er weiter las. Glückwunsch an euch beide. Ihr habt mich völlig demontiert. Ich werde auf unbestimmte Zeit vor Gericht kämpfen, wegen der hochkarätigen Anwaltskanzlei, mit der sie zusammenarbeitet, und wegen all dieser unbegründeten Anschuldigungen. Ach du meine Güte. Ich kümmere mich darum, Daddy, rief sie, während sie aus dem Auto stieg und in Richtung Büro rannte. Martin stieß ein zufriedenes Stöhnen aus, als er in Angelas Muschi explodierte. Das war großartig, Liebhaber, bemerkte Angela. Ich wünschte nur, ich hätte ein Fernglas, damit ich sein Gesicht sehen könnte. Als Angela ihr Kleid zurecht rückte und Martin seinen Gürtel anlegte, stürmte eine weinende Jenny ins Büro. Du Drecksack! Die Misshandlung von Kindern? Sexuelle Übergriffe? Ist dir schlecht? brüllte Jenny lautstark. Ich musste zuerst zuschlagen, ich musste den Vorteil haben, bemerkte Angela selbstbewusst. Bis auf Weiteres wird er weder die Wohnung betreten, noch auf mein Geld zugreifen können. Ich befinde mich jetzt in einer stärkeren Position als er. Ich wurde nie von ihm missbraucht. Da bin ich mir nicht sicher. Ihr zwei steht euch so nahe, lächelte Angela. Sie wurde von Jenny angesprochen, die sich erkundigte. Er hat dich doch nicht betrogen, oder? Offensichtlich nicht. Was für Leute würden ihn begehren? Sie lachte, als sie das sagte. Du bist ein Monster, murmelte Jenny unter ihrem Atem, bevor sie ihre Mutter mit aller Kraft niederschlug. Angela sackte vor Schmerz und Unglauben zu Boden, während Martin spottete und bemerkte, gut getroffen, Junge. Jenny hielt einen Moment inne, bevor sie ihre Umgebung begutachtete, die einen durcheinandergewürfelten Schreibtisch, Bücherregale und Regale enthielt. Mit einem Lächeln wandte sie sich an Martin und begann, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Jenny ging weg, nachdem sie ihm ruhig gesagt hatte, »Wehe, du kommst mir noch einmal in die Quere, du Arschloch. Ich kann und werde Schlimmeres tun.« Mit einem Schrei rief Angela, »Jenny, warte mal! Martin wollte sagen, das wird sie büßen!« »Sind sie Angela Johnson?«, erkundigte sich der Mann, als sie an ihm vorbeiging und einen Umschlag in der Hand hielt. Sie schrie, »Da drinnen!«, und dann verschwand sie. Als sie Steves Scheidungspapiere erhielt, konnten Angela und Martin nicht anders, als sie auszulachen. In ihrer Verzweiflung wandte sich Jenny an ihren Vater, der aus Angst, Angela würde es herausfinden und ihn wegen Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung verhaften lassen, jedes Mal weinte, wenn er ihren Anruf sah, und sich weigerte, zu antworten. Seine Schwägerin verbot ihm, seine Nichte und seinen Neffen zu sehen, weil sie befürchtete, dass es sich um eine echte Beziehung handeln könnte. Daran zerbrach beinahe ihre Ehe mit seinem Bruder, bis George Jenny dazu brachte, ihr die Wahrheit zu offenbaren. Und Angela hatte ihn bereits von allen ihren Freunden ausgeschlossen, nur seine Eltern und sein Bruder glaubten an seine Unschuld. Der Verrat seiner Tochter und Angelas intensive Feindseligkeit ihm gegenüber machten ihn fassungslos. Obwohl sie behauptete, nichts von dem Missbrauchsvorwurf gewusst zu haben, informierte sie ihre Mutter darüber, dass er von ihrer Affäre wusste und wann sie zugestellt werden würde. Sie log sogar und sagte, sie wolle an seiner Seite sein, um ihn zu unterstützen, wenn Angela zugestellt wurde. Aber in Wirklichkeit wusste sie, dass er zugestellt wurde und sagte nichts. Auf der Suche nach einem Vermittler für ihren Vater entdeckte Jenny eine Kopie der Scheidungspapiere, die ihrer Mutter gehörten, und stellte fest, dass der Anwalt ein Kollege ihrer Mutter war, was die Möglichkeit einer Beratung mit ihm ausschloss. Sie wandte sich an Steves Großvater George, in der Hoffnung, dass er ihr helfen könnte. Meine Liebe, was wünschen Sie? Ich habe es dir doch gesagt, erklärte er. Wir müssen Papa helfen, Großvater. Ich weiß nicht, wie ich Hilfe für ihn finden kann. Ich kann ihn nicht dazu bringen, ans Telefon zu gehen. Jenny, was du deinem Vater angetan hast, ist unfassbar. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, deiner Mutter zu helfen? Alles ist eine Lüge, Opa. Ich war völlig untätig. Meine Mutter und ihr blöder Anwaltsfreund sind die einzigen, die damit zu tun haben. Pass auf, was du sagst, Mädchen. Tut mir leid, Opa. Ich schwöre, dass ich ihm nichts davon vorgeworfen habe, und ich hatte keine Ahnung, dass sie so ausflippen würde, wenn ich sie damit konfrontiere. Klar doch. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Ist Opa an deiner Seite? Kann ich mich mit ihm unterhalten? Solange die Anordnung nicht widerrufen ist, kann er nicht mit ihnen kommunizieren. Aufgrund all dieser Vorkommnisse fängt er jedes Mal an zu weinen, wenn sie ihn anrufen. Er hat Angst, dass ihre Mutter ihn bei den Behörden anzeigen wird, wenn sie erfährt, dass er mit ihnen gesprochen hat. Solange kein Gerichtstermin für eine Anhörung anberaumt ist, kann nichts unternommen werden, fügte sein Anwalt hinzu. Obwohl Jenny untröstlich war, gelang es ihr die Worte, Opa, sag ihm, dass ich ihn liebe und vermisse, zu sagen. Wenn ich ihn sehe, werde ich das tun. Nachdem sie ein paar Minuten am Telefon geweint hatte, ging Jenny in das Zimmer ihrer Mutter und begann ihre Unterwäsche, Kleidung und ihren Schmuck aus den Schubladen und dem Schrank zu nehmen, bevor sie alles die Treppe hinunterwarf. Sie sammelte den großen Haufen auf, schleppte ihn zur Haustür hinaus und warf ihn mitten auf den Rasen, wobei sie lachte, als sie bemerkte, dass einige der Kleidungsstücke so frisch waren, dass sie noch ihre Etiketten trugen. Sie sagte laut, »Du kannst mich mal, Mom!«, nahm sie das Feuerzeugbenzin und ging zur Scheune. Sie schüttete die ganze Dose auf die Kleidungsstücke und entzündete sie mit dem Ziel und der Flamme. Es wurde langsam Zeit, dass Jennys Mutter nach Hause kam, und sie grinste, als ihr ein Gedanke kam. Gerade als Angela in die Einfahrt einfuhr, sah sie Jenny im Vorgarten, die auf einem Gartenstuhl hockte und einen Marshmallow über einem Haufen ihrer verkohlten Kleidungsstücke röstete. Sie stieg aus dem Auto und schrie und brüllte Jenny an, »Was um alles in der Welt tust du da?« »Bin ich verrückt geworden?« »Mutter, nein, mein Verstand ist unbeeinträchtigt. Ich habe beschlossen, dich für die Unfähigkeit meines Vaters, mit mir zu kommunizieren, verantwortlich zu machen. Ich werde weiterhin jeden Tag mehr von deinem Besitz zerstören, bis ich mit ihm gesprochen habe. Wenn sie diese unbegründete Anschuldigung des Missbrauchs nicht sofort zurücknehmen, wird noch mehr von ihrer Arbeit aufgedeckt werden. Am Montag haben sie einen Gerichtstermin, Jenny. Ihre Verlängerung ist gestrichen. Das war nur vorübergehend. »Das spielt keine Rolle, Mom. Deine Bemühungen werden umsonst sein, wenn wir nicht mit ihm sprechen.« Als sie das Haus betrat, stieß Angela einen durchdringenden Schrei aus und rief Steve an, der sie natürlich ignorierte und die Nachricht ohne zu überlegen löschte. Kurz darauf trafen ein Löschfahrzeug und ein Streifenwagen der Polizei am Tatort ein, da ein Anwohner den Brand gemeldet hatte. »Junge Frau, was ist denn los?« fragten der Polizist und der Feuerwehrmann Jenny, als sie sich ihr näherten. Ein paar Kleidungsstücke, aus denen meine Mutter herausgewachsen war, standen auf ihrem Wunschzettel. Jenny erwähnte, dass man ihr geraten hatte, mit ihnen ein Lagerfeuer zu machen. »Wird sie zu Hause sein, wenn sie ein Lagerfeuer im Vorgarten machen?« Seine Frage war ganz einfach. »Ja, Sir. Ich lösche es mit dem Schlauch, wenn Sie wollen.« »Benutzen Sie irgendetwas Besonderes, um es anzuzünden?« »Oder zünden Sie einfach die Kleidungsstücke an?« Der Feuerwehrmann erhob seine Stimme, um sich zu erkundigen. »Eine ganze Dose Holzkohleanzünder«, informierte sie uns. Oh nein, kein Wasser. Daraufhin bot der Feuerwehrmann an, etwas Sand darüber zu streuen. Ein Polizeibeamter klingelte an der Tür, während die Feuerwehrleute den Brand bekämpften. Als Angela die Tür öffnete, war sie kurz davor, um sich zu schlagen, aber dann sah sie die Polizisten. »Das ist fantastisch. Das Feuer wird gelöscht werden. Es ist kein großes Problem, Officer«, sagte Angela, bevor er zu ihr sprach. »Ja, Ma'am. Die Feuerwehrleute sind gerade dabei. Wussten Sie, dass es gegen das Gesetz verstößt, ein Lagerfeuer in Ihrem Vorgarten ohne angemessene Aufsicht anzuzünden?« Sie gab zu. »Nein, das wusste ich nicht, während sie ihren Kiefer zusammenbiss. Das Ticket in der Hand. Er ist lediglich angemessen. Kein Grund, vor Gericht zu erscheinen. Das nächste Mal spenden Sie die Sachen einfach an Goodwill oder St. Vincent de Paul, Ma'am. Diese Waren könnten für weniger glückliche Menschen nützlich sein.« Als sie die Tür schloss, hatte sie schon geschrien. Bei der Anhörung zur einstweiligen Verfügung am folgenden Montag erschien Angelas Anwalt vor dem Richter. Er wusste, dass die Verfügung in betrügerischer Absicht erwirkt worden war, aber er beschloss, sie nicht anzufechten. Die Verfügung hatte den beabsichtigten Effekt, Zeit zu gewinnen, und hatte eine verheerende Wirkung auf Steves Ruf. Der Anwalt, der Steve vertrat, beantragte eine Anzeige wegen Mein Eids, gegen Angela. »Es liegt kein Mein Eid vor«, entschied der Richter, da keine schlüssigen Beweise dafür vorlagen, dass die Verfügung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eingereicht worden war. Ihre Gegenklage in der Scheidungssache kann das Fass zum Überlaufen bringen. Aber sie sind sich bewusst, dass dies der letzte Ausweg ist. Für Steve, dessen Leben um ihn herum zusammenbrach, weil er mit den falschen Anschuldigungen, dem eingefrorenen Vermögen, der betrügenden Ehefrau und, was am schlimmsten war, dem Verrat seiner Tochter nicht zurechtkam, war die Aufhebung der einstweiligen Verfügung ein schwacher Trost. Seine psychische Gesundheit war angeschlagen, er ließ sich krankschreiben, trank exzessiv und war allgemein unangenehm zu behandeln. Er bemerkte, dass Angela die Schlösser ausgewechselt hatte, aber als er tagsüber zu seinem Haus ging, weil er wusste, dass seine Tochter nicht da sein würde, konnte er den Garagentoröffner benutzen. Er entdeckte alle seine Besitztümer in der Garage, darunter kistenweise Kleidung in Müllsäcken, und er stellte fest, dass sie ihm das Hochzeitsalbum und alle Bilder der glücklichen Familie vermacht hatte, die im Haus verstreut waren. Seine Probleme führten zu Spannungen in den Beziehungen zu seinen Eltern und seinem Bruder. Und obwohl sie ihn baten, einen Psychiater aufzusuchen, lehnte er dies ab, da er der Meinung war, dass er keinen Therapeuten brauchte, der ihm sagte, dass sein Leben schrecklich war und dass er nichts tun konnte, um es zu verbessern. Sein Vertrag enthielt eine Sittenwidrigkeitsklausel. Wäre er in einem besseren geistigen Zustand gewesen, hätte er gewusst, dass er dagegen ankämpfen und wahrscheinlich gewinnen könnte. Aber in diesem Moment ging er nur zur Tagesordnung über. Angelas Anwaltskanzlei führte eine gnadenlose Kampagne von Rechtsstreitigkeiten, informierte seinen Arbeitgeber über die einstweilige Verfügung und die Missbrauchsvorwürfe, was zu Steves Kündigung aus wichtigem Grund führte. Bis zu seinem notwendigen Erscheinen vor Gericht, im Zusammenhang mit der Scheidung, bei dem er sich weigerte, mit jemandem außer seinem Anwalt und dem Richter zu sprechen, wusste niemand, wo Steve wohnte. Die einzige Kommunikation mit seiner Familie fand per Telefon statt. Wenn Jenny versuchte, ihn bei diesen Gelegenheiten in ein Gespräch zu verwickeln, brach sie jedes Mal in Tränen aus, wenn er an ihr vorbeiging, ohne Blickkontakt aufzunehmen, als wäre er ein lebloser Körper, der an ihr vorbeischlendert. So wie die Dinge liefen, war Angela erfreut. Ein paar Monate zuvor hatte Martin sie gegen Steve aufgebracht und Steve war ihr durch seine Verführung fast verhasst geworden. Nach monatelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen wurde die Scheidung schließlich vollzogen und Steve erhielt seinen Anteil am ehelichen Vermögen zurück. Mit Hilfe seines Anwalts gelang es ihm, das Haus zu verkaufen und er durfte das Fahrzeug behalten. Er war lange Zeit arbeitslos, weil die Stadt an die falschen Anschuldigungen glaubte, er habe seine Tochter missbraucht, obwohl er nie eines Verbrechens beschuldigt worden war. Er packte sein Hab und Gut zusammen und verabschiedete sich von seinen Eltern, während er mit seinem Pick-up nach Chicago fuhr, wo er einen Job als LKW-Fahrer fand. Gerade als er losfahren wollte, hielt Jenny an. Daddy, ich entschuldige mich zutiefst. Während sie auf ihn zusprintete, um ihn zu umarmen, rief sie. Diese ganze Sache hätte nicht passieren dürfen. Du hast deine Mutter ohne jeden Beweis mir vorgezogen, sagte er, schluchzte und weigerte sich, ihre Umarmung zu erwidern. Der erste Dominostein fiel, weil sie zu ihr gingen. Die Anwaltskanzlei, bei der sie angestellt war, erforderte einen Überraschungseffekt meinerseits. Bevor sie Vergeltung üben konnte, musste ich in der Lage sein, eine Klage einzureichen. Und warum? Das ist dir jetzt klar. Dad, das war mir nicht bewusst. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist meine letzte Station. Keine noch so lange Zeit wird diese unbegründete Behauptung des Kindesmissbrauchs verschwinden lassen. Du kannst den Gestank nicht abschütteln, wenn man dir so etwas vorwirft. Deine Mutter und ihre Geliebte werden eines Tages die Konsequenzen tragen müssen. Lebe wohl, Jennifer. Für dich war ich wichtiger als das Leben selbst. Um dir ein anständiges Leben zu ermöglichen, habe ich alles getan, was ich konnte. Ich hoffe wirklich, dass du nicht so geworden bist wie deine Mutter. Sie schluchzte in den Armen ihrer Großmutter. Und er nutzte den Moment, um in den Wagen zu steigen und zu fahren. Willst du mich heiraten, Angela? Erkundigte sich Martin am Tag der endgültigen Scheidung. Martin, ich stimme dir zu. Inmitten des kleinen Chaos im Restaurant sprang sie schluchzend auf, um ihn zu umarmen. Sie sagte, lass uns zu dir gehen und feiern, während er die Rechnung bezahlte. Sie war ganz vernarrt in seine riesige Villa und konnte es kaum erwarten, sie zu renovieren, angefangen mit der Schlafzimmereinrichtung, die als erstes verschwinden sollte, nachdem die hässlichen Vorhänge und Möbel, die seine Ex-Frau ausgesucht hatte, entfernt worden waren. Als er seine Ex-Frau beim Abendessen mit ihren Eltern sah, konnte Martin sich ein Grinsen nicht verkneifen, als sie das Haus verließen. Als sie aneinander vorbeigingen, spuckte seine Ex-Frau Carol in seine Richtung, offensichtlich angewidert von ihm und seiner neuesten Hure. Er beachtete sie nicht. Die Scheidung ist heute rechtskräftig. Aha, ich verstehe. Wenn man bedenkt, was dieser Drecksack dir angetan hat, solltest du heute wirklich feiern. Das Problem ist mein Kind, nicht sie. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass sie sich auf die Seite dieses betrügerischen Mistkerls geschlagen hat. Ich bringe es nicht über mich, ihre Anrufe zu beantworten oder auf ihre E-Mails zu antworten. Kann ich zu einem Psychiater gehen? sagte die Stimme. Vielleicht solltest du dich mal flachlegen lassen? Und erschien hinter ihrem Rücken. Hi, Marianne. Keine schlechte Idee, bemerkte Lou. Ha! Glaubst du, jemand wäre an mir interessiert? sagte Steve dann. Mit einem leisen Gemurmel antwortete Marianne, ich, mein Großer, und fuhr mit ihrer Zunge spielerisch an seinem Ohrläppchen entlang. Die Männer schauten ihr missbilligend hinterher und schüttelten die Köpfe. Steve O., spring gleich hier rein. Was für eine wunderbare Frau. Wen kümmert's? Warum denn nicht? Steve antwortete, ich liebe diesen Kerl. Okay, lass uns losfahren. Bevor sie zu ihrem Date ins Kino gingen, lud Steve Marianne zum Abendessen ein. Nach dem Film tranken sie Kaffee und Kuchen im Baker Square. Steve, du musst deinen Kopf hochhalten. Du bist ein ehrlicher Mann, der ungerecht behandelt worden ist. Ich werde es schon schaffen, versicherte sie ihm. Vielleicht wirst du das, Martha. Was schiefgelaufen ist, ist mir schon seit geraumer Zeit ein Rätsel. Der Grund, warum sie mich während der Scheidung so sehr kritisierte, war mir ein Rätsel. Sie hat mich beschuldigt, die Kinder verführt und belästigt zu haben um Himmels Willen. Sie nahm seine Hand und verkündete, Vergiss sie, das liegt jetzt alles hinter dir. Schau vorwärts, nicht rückwärts. Vertrau mir, ich werde dafür sorgen, dass es ehrenhaft ist. Er drückte sie fest in seine Arme und grinste, Sollen wir dann gehen? Marianne öffnete die Haustür, küsste Steve und sagte, Großer Junge, möchtest du mich ansehen? Ja, sehr gern. Das Mondlicht, das durch das Fenster hereinströmte, warf einen bläulichen Schein auf ihr Schlafzimmer, wo sie ihn an der Hand hineinführte. Ihre Zungen verwickelten sich in einen leidenschaftlichen Kuss, während sie sich langsam entkleideten und den Moment genossen. Er ließ sich neben ihr auf den Boden sinken, während sie auf dem Bett lag und flüsterte, Lou schuldet mir zehn Mäuse. Ja und? Warum eigentlich? Ich habe ihm gesagt, dass du ein natürlicher Rotschopf bist und er hat dagegen gewettet. Grinsend zog sie seinen Kopf zu sich und sagte, Sieh mal genauer hin, Kleiner. Er bewegte sich auf ihre Belohnung zu, küßte die Innenseite ihrer Oberschenkel und kam immer näher. Ja, ich kann spüren, wie du kommst. Ich bin gleich so weit, sagte er. Ach du meine Güte, natürlich. Komm schon, Schatz. Als sie zur Besinnung kamen, bemerkte sie, Deine Ex ist ein Idiot. Sie wollte sein Geld, nicht ihn. Nun, ihr Verlust ist mein Gewinn und das werde ich oft ausnutzen, sagte er, jederzeit, Darling, und küßte sie auf die Lippen. Du darfst jederzeit fragen. Genau sieben Tage später näherte sich der maskierte Mann leise dem Hintereingang einer Villa in einem wohlhabenden Viertel, in der Erwartung, dass er gezwungen sein würde, die Tür aufzubrechen, aber er grinste, als er sie offen vorfand. Langsam gingen sie um das Haus herum und hofften, dass die Dielen nicht knarrten, als sie den Raum fanden, den sie brauchten. Sie wussten, dass es perfekt war, da ihre Zielperson, ein arroganter Mann, dieses Bild auf seinem Facebook-Cover veröffentlicht hatte. Ihre einzige Sorge war, dass die Zielperson ein noch größeres Chaos anrichten könnte, wenn sie in den Schrank gingen, bevor sie sich an den Tisch setzten, aber der Job wäre trotzdem erledigt und ein perfektes Alibi würde ihre Sicherheit garantieren. Also öffneten sie die Lamellentür hinter dem Tisch und warteten. Der Raum war ziemlich düster, nur die Schreibtischlampe brannte. Als Martin Schindler sein Arbeitszimmer betrat, neigte er den Kopf zur Seite und starrte auf seinen schrägen Computerbildschirm, den Rücken zum Schrank dahinter. Als der Eindringling die Schranktür vorsichtig aufschob, hörte Martin ein Geräusch und blickte auf, um den Abzug seines Revolvers zu betätigen. Nachdem er das Gewehr in die Hand genommen hatte, hinterließ der Schütze schnell einen Zettel auf dem Schreibtisch und verschwand durch die Tür. Der Preis ist vollständig bezahlt, war die einzige Aussage auf dem Zettel. Nach einem langen Einkaufstag schlenderte Angela lässig in Martins Büro, um ihm das neue Bettzeug zu zeigen, das sie gekauft hatte. Aus ihrer Handtasche holte sie ihr Smartphone und wählte den Notruf, um die Schießerei zu melden. Ihre Schreie drangen durch die Luft, als sie den leblosen Körper sah, der über den Stuhl gebeugt war und dessen Blut auf den Boden tropfte. Ihr Blick fiel auf ihn, als sie die Pistole in seiner Hand und den Zettel auf dem Schreibtisch sah. Sie berührte ihn nicht, sondern entzifferte seine Bedeutung, indem sie seine Worte las. Steve, hör auf mit dem, was du tust, rief sie. Nachdem er den Anruf erhalten hatte, begab sich Detective Devontae Jordan zum Haus der Schindlers, wo er eine verzweifelte, schluchzende Frau im Wohnzimmer und die Ankunft und Abfahrt der Tatorttechniker im Büro beobachtete. Ein Satz nagelneuer Golfschläger lag in einer Ecke des Zimmers, als er sich ein Bild von der Situation machte. Nette Pinks, dachte er bei sich, als er die Umgebung der Leiche untersuchte, die Spuren einer Waffe trug, die das Opfer noch in der rechten Hand hielt. Er sprach mit einem der zuerst eintreffenden Polizisten und fragte, was haben wir bis jetzt? Verdacht auf Schusswunde im Kopf. Hausbesitzer und Rechtsanwalt Martin Schindler ist das Opfer. Angela Johnson ist die Verlobte. Sie hat den Rettungsdienst verständigt, nachdem sie den Verstorbenen entdeckt hatte. Hat sie eine Nachricht? Gut, Sir. Sie ist nicht unterschrieben, aber getippt. Dann überreichte er ihm eine kleine Tüte mit dem Zettel, auf dem nur ein Satz stand. Ist der Verlobte die Blondine da drin? sagte Detective Jordan mit verwirrter Miene. Ja, Sir. Verzeihen Sie, Ma'am, aber wissen Sie, was dieser Zettel bedeutet? Sind Sie ein Detektiv? fragte Angela. Das schließt einen Selbstmord aus, ja. Der Mörder war mein Ex-Mann. Schusswaffen sind etwas, das Martin verachtet. Er war nicht im Besitz einer Waffe. Wenn Ihr Ex etwas getan hat, warum glauben Sie, dass er es war? Weil er das Gefühl hatte, Martin hätte mich ihm weggenommen. Hat er das? War der Tote ein Teil ihres Lebens während ihrer Ehe? Mit einem beschämten Gesichtsausdruck sprach sie die Worte, für eine kurze Zeit, ja. Ist es möglich, dass es noch jemand anderen gab, der seinen Tod wollte? Ich dachte, er sei Anwalt. Seine Ex-Frau war verständlicherweise verärgert über die Trennung. Unternehmen waren sein Spezialgebiet. Klienten aus dem zivilen Bereich, die selten vor Gericht erschienen. Also gut, Ma'am. Was haben Sie heute Abend gemacht? Der Akt des Warenkaufs. Das war ich, verstehst du? Ob es ein Selbstmord war oder nicht, ist mir immer noch ein Rätsel. Können Sie vielleicht Ihre Quittungen für mich heraussuchen? Okay, Detective. Es war ein schöner Sonntagnachmittag, als Detective Jordan Steve Johnson einen Besuch abstattete. Mr. Hi, mein Name ist Detective Jordan und ich möchte mit Ihnen sprechen, Johnson. Könnten Sie mir freundlicherweise ein paar Fragen beantworten? Ja, ich bin der Detektiv. Geht es Ihnen gut? Wo waren Sie gestern Abend gegen 20 Uhr? Bei der Arbeit. Ich steuerte die schweren Maschinen durch Rockford. Es war 21.30 Uhr, als ich in das Depot einfuhr. Die Baumstämme könnten ein guter Anfang sein. Was hat dich hierher geführt? Hier sind wir, Madison. Was hat sich zugetragen? Martin Schindler wurde letzte Nacht erschossen. Offenbar ein Selbstmord. Scheint so? Sagen wir einfach, es gibt einige Ungereimtheiten. Das verstehe ich. Von Rockford aus hätte ich ihn nicht in den Selbstmord treiben können. Nein, Sir. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie gerne kontaktieren, wenn ich weitere Fragen habe. Sicher, ich gebe Ihnen meine neue Handynummer. Als er ging, dachte der Detektiv weiter über die Aspekte des Selbstmordes nach, die ihn beunruhigten, und ärgerte sich darüber, dass er nach Nordwest Chicago fahren musste, um mit Steve zu sprechen, bevor er quer durch die Stadt zum LKW-Depot fuhr, um das Alibi zu bestätigen. Wie kommt ein Rechtshänder auf die Idee, sich in den Arm zu schießen? Warum hat er dann den Stift zu Papier gebracht? Aus welchem Grund befanden sich so wenig Kugelrückstände auf seiner Handfläche? Abgesehen von der Seltsamkeit war sie da und würde beweisen, dass das Opfer die Waffe abgefeuert hatte. Steve und Sweet Lou setzten ihr Gespräch am Küchentisch fort, nachdem der Ermittler gegangen war. Was sollte das, Steve? Steve rief grinsend aus. Ist das zu glauben? Mein Ex-Verlobter hat Selbstmord begangen. Was? Nein? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass mein Alibi akzeptiert wird. Sie stießen einander mit klirrenden Bierflaschen an und lachten. In der ersten Reihe der Beerdigung saß Angela und schluchzte über den Mann, der sie so einfach von ihrem großartigen Ehemann weggeholt hatte. Ein Mann, der sie überredet hatte, einen anständigen Mann in den Dreck zu ziehen, um zu tauschen, und über den Mann, der sie überzeugt hatte, in die Atomkraft zu gehen. Bis sie zu Martin versetzt wurde, war sie Hals über Kopf in ihren Trucker-Ehemann verliebt. Martin verschwendete keine Zeit, sie mit seinen abfälligen Bemerkungen über LKW-Fahrer und seinen unbekümmerten Kommentaren über ihn, wenn er nicht in der Stadt war, zu zermürben. Er fing sogar an, in ihr den Verdacht zu wecken, dass sie sich von Steves langen Arbeitstagen und manchmal nächtlichen Fahrten vernachlässigt fühlte und das war ein wachsendes Problem. Ihre Trauer über den Tod ihres Verlobten vermischte sich mit ihrer Trauer über den Tod ihres Mannes und das Ende der Beziehung zu ihrer Tochter. Alles war umsonst. Im Raum herrschte rege Betriebsamkeit, aber sie beachtete sie nicht. Sie bemerkte nicht die intensiven Blicke, die Martins Ex-Freundin und seine Töchter auf sie richteten. Sie machten sie für ihr Ableben verantwortlich. Du hättest ihr bei der Beerdigung die letzte Ehre erweisen können, sagte Angela zu ihrer Tochter, die aufs College gehen wollte, als sie auf sie zukam. Jenny warf ihrer Mutter einen grimmigen Blick zu und schlug die Tür zu, bevor sie aus dem Haus stürmte und sich auf den langen Weg zurück zur Schule in La Crosse, Wisconsin machte. Sie fuhr fort. Wie kannst du es wagen, mir zu sagen, dass ich einem Mann, der meinen Vater zerstört hat, Respekt zollen soll? Du kannst mich mal, Mutter. Ich hätte dieses Stück Scheiße nicht einmal als Mann bezeichnen dürfen. Er ist weniger als Hundescheiße an meinem Schuh. Die mangelnde Entwicklung des Falles wurde in einer Konferenz zwischen Detective Jordan und seinem Commander besprochen. Steve Johnson wurde vom Lagerhauspersonal eindeutig als Fahrer identifiziert und sein LKW-Tracker zeigt an, dass er zwischen Madison und Chicago keinen einzigen Stopp eingelegt hat. Die Alibis des Verdächtigen sind alle in Ordnung. Laut dem Fenster des Gerichtsmediziners war Angela Johnson zum Zeitpunkt ihres Todes bei Macy's, Victoria's Secret und Starbucks, was durch ihre Kassenbons und die Überwachungskameras bestätigt wird. Während ihres Geburtstagsessens waren neben Schindlers Ex-Mann und ihren Töchtern auch ihre Eltern, ihr Bruder und ihre Schwägerin anwesend. So Jordan. Sein Kommandant wollte wissen, ob die Ex-Frau Geburtstag gehabt habe. Nein, sie haben ihn nur gefeiert. Verdammt, ich habe sogar Johnsons Tochter überprüft und sie war in der Schule. Über drei Stunden entfernt in Wisconsin. Glaubst du wirklich, dass es Selbstmord war? erkundigte sich sein Vorgesetzter. Es ist möglich, es fühlt sich nur nicht richtig an. Nun, ohne Verdächtige, ohne Motiv und ohne konkrete Beweise, dass es überhaupt ein Mord war, schließen sie es als Selbstmord. Frustriert verließ Jordan den Raum, nachdem er genickt hatte. Nachdem sie sechs Monate gewartet hatte, lud Angela Jason Davis zum Abendessen ein. Bei ihrer dritten Verabredung begleitete Angela ihn in sein Schlafzimmer. Jason kehrte nach einer Nacht voller leidenschaftlicher Liebesspiele nach Hause zurück. Bevor er sich schlafen legte, öffnete er noch ein Bier und sah seine E-Mails durch. Als er am Küchentisch saß, wurde die Waffe auf seinen Kopf gerichtet und geschossen. Man hinterließ eine Nachricht und drückte ihm das Gewehr in die Hand. Der Preis ist vollständig bezahlt. Auf seinem Weg in die Küche durchquerte Detektiv Jordan die Wohnung. Noch bevor er ein Wort sagen konnte, wurde ihm der Abschiedsbrief vorgelegt. Verdammt! Sieht so aus, als hätte ich mit dem anderen Recht gehabt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wer es getan hat, sagte der Polizist zu ihm. Mark, haben Sie Fingerabdrücke? fragte er den Techniker. Ja, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, Sie sind die Opfer. Nachdem er die Nachricht gehört hatte, fragte Jordan, gibt es Zeugen? Wer hat es gemeldet? Ein Nachbar hat den Schuss gehört und den Notruf gewählt. Keiner hat jemanden kommen oder gehen sehen. Natürlich nicht. Wie sind Sie denn reingekommen? Keine aufgebrochenen Schlösser oder Fenster. Sieht für mich nach dem Balkon aus. Die Schiebetür war nicht verschlossen. Das Opfer hat sich wahrscheinlich nicht darum gekümmert, weil es im zweiten Stock war. Es dürfte aber nicht nicht allzu schwierig sein, hinaufzuklettern. Ich würde sagen, jeder, der einigermaßen durchschnittlich groß ist, könnte springen, den Boden erreichen und sich hochziehen. Durchschnittsgröße für Männer oder Frauen? Durchschnittlicher Mann, große Frau. Jordan wollte wissen, wo das Telefon des Mannes war. Hier drüben, in der Tasche. Um seinen letzten Anruf zu finden, benutzte Jordan seine behandschuten Hände. Ich musste nur nachsehen. Der letzte Anruf ging an eine Angela. Ich wäre schockiert, wenn sie nicht Angela Johnson ist. Nach den üblichen Bekundungen von Mitgefühl und Wohlwollen fuhr der Ermittler mit seinen Untersuchungen fort. Detective Jordan erkundigte sich. Frau Johnson, warum scheinen sich Ihre Liebhaber umbringen zu wollen? Es muss Steve sein. Das ist seine Strafe für mich. Wo waren Sie letzte Nacht, Ma'am? Die ganze Nacht zu Hause. Ich habe eine Alarmanlage, die das bestätigen wird. Erzählen Sie mir von der Alarmanlage. Wenn sie eingestellt ist, nimmt sie das Öffnen von Türen und Fenstern wahr. Ich habe sie eingestellt, als Jason gestern Abend gegangen ist und sie heute Morgen ausgeschaltet, als sie vorbeikamen. Sie vertraute sich selbst an. Hast du sie gestern Abend irgendwann ausgeschaltet? Nein. Jenny ist in der Schule, also wäre es die ganze Nacht ungestört gewesen. Hm, das lässt sich leicht nachprüfen. Ihre Theorie ist also, dass Ihr Mann hinter diesen Selbstmorden steckt, die keine sind? Ja. Wer sollte es sonst sein? Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Mann gesprochen? Vor der Scheidung. Haben Sie gesehen, dass er Ihnen gefolgt ist oder hat er Sie kontaktiert? Nein. Woher sollte er dann Ihren letzten Liebhaber kennen? Ich weiß es nicht, aber er muss es sein. Als er sich zum Gehen wandte, sprach er diese Worte. Also gut. Das ist alles, was ich im Moment habe. Bitte bleiben Sie in der Nähe. Ach, übrigens, wie groß sind Sie? Etwa 11 Jahr 70 groß? 5 für 10. Warum? Meine Neugierde ist geweckt. Mein herzliches Beileid zu Ihrem Verlust. Gleiche Vorgehensweise? Auf dem Rückweg zur Polizeiwache, erklärte der Kommandant. Detective Jordan antwortete mit einem Ja, Sir. Halten Sie mich täglich über Ihre Entwicklung auf dem Laufenden. Der Zufall ist zu groß. Ich habe schon von einigen erstaunlichen Mösen gehört, aber noch nie von einer, die einen dazu bringt, sein Leben beenden zu wollen. Die Freundin hat ein starkes Alibi, also werde ich versuchen, es zu widerlegen. Der Ermittler sprach mit einem Hauch von Vorsicht, als er sich ihrem Ex-Mann näherte. Na dann los, sagen Sie mir Bescheid, was Sie herausgefunden haben. Gut. Detective Jordan ging, mit einem mulmigen Gefühl im Magen, dass die Alibis des Hauptverdächtigen genauso stichhaltig sein würden wie zuvor. Es klingelte an der Tür, als Steve und Marianne sich auf seine Couch kuschelten, um Jack Ryan auf Prime zu sehen. Womit kann ich Ihnen heute helfen, Detective Jordan? Steve bat ihn herein und winkte ihn heran. Sir, wo waren Sie letzte Nacht um 1.30? Ich bin auf dem Rückweg von Detroit und unterwegs. Um 2.30 bin ich angekommen. Hey, was ist gerade passiert? Kennen Sie Jason Davis? Ich glaube nicht. Seine Geliebte war mit ihm zusammen. Gestern Abend hat er sich offenbar erschossen. Was? Nein? Anscheinend schon, oder? Vielleicht ist sie eine Serienmörderin, die es auf schwarze Witwen abgesehen hat. Könnte sein. Ich weiß das zu schätzen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Als er die Tür schloss, fing Steve an zu lachen. Mein Schatz, was sollte das denn? Wollte Marianne wissen und erkundigte sich. Sieht so aus, als wäre ein weiterer Freund meiner Ex-Frau gestorben. Oh mein Gott, sagte sie und führte ihre Handfläche keuchend zum Mund. Das glaube ich auch. Mein Alibi, Gott sei Dank. Ich bete, dass derjenige, der diese Drecksäcke ermordet, es weiterhin auf mich abgesehen hat, wenn ich auf Reisen bin. Als Jennys Telefon klingelte, schaute Steve zu ihr hinüber und beschloss, sie zu ignorieren. Mit gerunzelter Stirn verkündete Marianne, für sie wird es nie eine Gelegenheit geben. Ich wüsste nicht wie. Sie werden von ihr vermisst. Wir haben bereits miteinander gesprochen, nachdem sie mich kontaktiert hatte. Was? Er stand auf und schrie auf. Sie ließ ihn wieder nach unten sinken und flüsterte, entspann dich, Schatz. Ich werde mich nicht einmischen. Wie auch immer du dich entscheidest, du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Sie bleibt eine Freundin von dir auf Facebook. In dem Sushi-Restaurant, das du letzten Monat unbedingt ausprobieren solltest, hat sie mitbekommen, dass ich dich markiert habe. So wie du ihr auf Facebook folgst, folgt sie auch deinem. Sie hat mir eine IM geschickt, um sich nach dir zu erkundigen und ihre Freude darüber auszudrücken, dass du jemanden gefunden hast, mit dem du glücklich bist. Sie hat mir versichert, dass sie immer wieder versuchen wird, ein Gespräch mit dir zu beginnen. Sie ruft mich etwa einmal pro Woche kurz an, um sich mit mir auszutauschen. Es macht ihr Spaß, ihr von unseren vergangenen und zukünftigen Reiseplänen zu erzählen. Die Tatsache, dass ich entscheiden kann, wann und wie oft du läufst, hat sie fasziniert. Was sie wirklich meinte war, dass ich, anders als dein Ex, garantieren kann, dass du zu Hause bist, wenn ich dich brauche, und das wird unsere Beziehung verbessern. Die Städte, die ich besuchte, waren immer etwas, auf das sie neugierig war. Seit sie ein kleines Mädchen war, haben wir uns stundenlang über die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Menschen unterhalten, denen ich auf meinen Reisen begegnet bin. Als sie ein Kind war, kam ich von vielen Übernachtungsfahrten früh zurück. Wir frühstückten zusammen und ich erzählte ihr von meinen Reisen. Die Erinnerungen brachten einen Seufzer über seine Lippen. Marianne, ich liebe dich, aber bitte halte dich da raus. Sie schlang ihre Arme um ihn. Ich halte mich da nicht raus. Ich werde dich nie zu etwas drängen. Das liegt ganz bei dir. Ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass ich euch beide nicht zusammenbringen werde. Mit einem Nicken zog er sie zu sich heran und schaltete den Fernseher aus. Ich habe einfach nichts, was sie mit dem Tatort in Verbindung bringt, Boss. Es gibt keine Beweise dafür, dass jemand an einem der beiden Tatorte war. Kein gewaltsames Eindringen, keine Finger- oder Fußabdrücke und keine Ungereimtheiten in den Spritzmustern. Wären da nicht die identischen Notizen, würde ich beide Tatorte als Selbstmord einstufen, informierte Deed, Jordan seinen Vorgesetzten. Ist das Ex komplett wasserdicht, erkundigte sich der Commander, wie ein Atomreaktor. Haben Sie die Ex von Schindler als eine Art Racheakt betrachtet? Ja. Sie war in einem Club, auf Überwachungskameras, mit ihrem neuen Freund und ihre Kinder sind in der Schule. Zwei Jahre später kam es zu einer Unterbrechung ihres Musters, als Angela begann, mit Lance Forrest auszugehen. Sie hatte sich geschworen, dass sie nach den Selbstmorden niemanden in Gefahr bringen würde, indem sie sich mehrfach mit ihnen verabredete. Obwohl sie nicht zölibatär lebte, hatte sie sich auf One-Night-Stands mit Anmachsprüchen aus Bars beschränkt. Eine Geschlechtskrankheit brachte sie zum Umdenken, sodass sie den Schritt wagen und heiraten musste. Lance und sie trafen sich fast einen Monat lang, bevor sie sich wohlfühlte. Manche Leute würden das als leichtsinnig bezeichnen. Sie gab sich als ihre Freundin zu erkennen und versuchte nicht mehr, ihre Beziehung zu verbergen. Zu Hause sah sich Lance gerade ein Baseballspiel an, als der Abzug betätigt und die Waffe an seine Schläfe gesetzt wurde. Dann wurde ihm das Gewehr gegeben und ein weiterer Brief hinterlassen. Der Preis ist vollständig bezahlt. Er nahm den Anruf auf seinem Mobiltelefon entgegen und sagte, Hier ist Jordan. Hallo Detective, hier ist Detective Stan Anson von der Schaumburg. Was kann ich für Sie tun, Mann? Sie haben einen ungelösten Fall, mit dem ich vielleicht etwas zu tun habe? Welcher? Die vollbezahlten Selbstmorde, ich habe da einen. Im Ernst? Irgendwelche Verbindungen zu Angela Johnson? Ja, sie war seine Freundin. Kannst du das glauben? Jordan wollte wissen, ob das Alibi des Ex-Mannes stichhaltig war. Anson bestätigte, Ja, sie fuhr durch Madison. Wo war sie? Allein zu Hause. Das Sicherheitssystem hat ihr letztes Mal ein Alibi verschafft und wir konnten es nicht knacken. Ist es dieses Mal genauso? Diesmal wurde chinesisches Essen geliefert. Sie hat von zu Hause aus bestellt und das Essen kam 30 Minuten später. Laut dem Nachbarn, der den Notruf gewählt hat, ist der Schuss in diesem Fenster gefallen. Es ist eine 23-minütige Fahrt von ihrem Haus zur Wohnung der Verstorbenen und es ist ein dreistufiger Weg nach oben. Es ist nahe dran, aber wir sehen nicht, wie sie es in diesem Fenster getan haben könnte. Einverstanden. Wir sollten uns morgen treffen und die Akten vergleichen. Okay. Wieder einmal ergaben sich keine neuen Verdachtsmomente und alle Alibis waren unumstößlich. Diese Fälle wurden nie aufgeklärt. In der großen Aula sahen Steve und Marianne zu, wie Jenny die Bühne überquerte, um ihren Bachelorabschluss entgegenzunehmen. Steve war so stolz, dass er sich eine Träne wegwischen musste, die ihm fast aus dem Auge gefallen wäre. Marianne küsste ihn und drückte ihn fest an sich. Auf dem Weg zu ihrem Auto nach der Hochzeit flehte Marianne ihn an. Schatz, du liebst sie so sehr. Bitte ruf sie an. Sie traf ihre Entscheidung, als sie ihre Mutter mir vorzog. Und sie bereute es erst, als sie sich schuldig fühlte, weil ihre Mutter mich so behandelt hatte. Wissen Sie, es gibt einige alte Bekannte von mir, die darauf bestehen, dass ich Jenny missbraucht habe und der Strafe entgangen bin. Und ich brauchte wirklich ihre Unterstützung, da ich rechtschaffen war. Aber sie hat mir nicht geglaubt und sich von ihrer Mutter runterziehen lassen. Marianne nickte und stimmte zu. Nein, sie hat ihre Entscheidung getroffen und wir müssen alle damit leben, sagte er. Er war so schwierig, dass Marianne seine Hand ergriff und fragte, Warst du vor deiner Scheidung auch so hartnäckig? Nein, nicht einmal annähernd. Fünf Jahre später saßen Angela und Jenny in der allerersten Reihe des Leichenschauhauses. Bei der Totenwache und dem Trauerzug für Steve Johnson war eine riesige Menschenmenge anwesend. Nur vier Wochen, nachdem er Jenny bei ihrer Hochzeit zum Altar geführt hatte, erlag Steve dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Obwohl seine kleine Familie zurückblieb und er bei der Arbeit einige neue Bekanntschaften schloss, gelang es ihm nicht, nach der Scheidung wieder einen großen Freundeskreis aufzubauen. Die meisten Menschen, mit denen er in der Vergangenheit gearbeitet, gelebt und sich kennengelernt hatte, kamen, um dem freundlichen Mann, zu dem sie den Kontakt verloren hatten, die letzte Ehre zu erweisen. Marianne, seine Freundin, war anwesend. Die beiden haben nie den Bund der Ehe geschlossen. Sie hielt sich zurück, Angela anzuspucken, weil sie ihrem Geliebten damit wehgetan hatte. Lou DeMarco, sein bester Freund, erzählte Jenny eine Fülle von Geschichten über die letzten Jahre ihres Vaters. Erklärte sie mit Geschichten auf, die sie sonst nie gehört hätte. Marianne war diejenige, die ihn überredete, Jenny anzuhören und sich mit ihr zu schminken, als er seine tödliche Diagnose erhielt. Im Laufe der Jahre hatte er Briefe weggeworfen, E-Mails gelöscht und Anrufe nicht beachtet. Da er wusste, dass dies seine letzten Monate waren, hätten er und Marianne ihr Wiedersehen nicht besser planen können. Obwohl Jenny ein wenig Geld für Eilaufträge und Gebühren ausgab, um ihre Hochzeit voranzutreiben, ging ihr Wunsch in Erfüllung. Ihr Vater machte ihr einen Heiratsantrag. Bevor er seinen letzten Kampf verlor, fand Steve Trost in ihrem emotionalen Wiedersehen und dem Gang zum Altar. In seinen letzten Worten bedankte er sich bei Marianne dafür, dass sie ihm Jenny zurückgegeben hatte und bedauerte, dass er sie nie geheiratet hatte. Sie hatte ihn nie zur Heirat gedrängt und verstand das. Ihr jetziger Zustand machte sie glücklich. Marianne drückte seine Reue darüber aus, dass er sich nie bei Jenny gemeldet hatte und dass er sich während der Besichtigung ständig nach ihr sehnte. Jenny informierte ihre Mutter über ihre Versöhnung, als diese sich danach erkundigte. Sie sagte, er hat mir gesagt, dass er auf meinen Abschlussfeiern war, ganz hinten, weit weg von allen, die ihn erkennen könnten. Das ist richtig, sagte Marianne. Ich war bei ihm. Er sagte, dass er meine Karriere verfolgt hat, als ich aufgestiegen bin und Detective für Streamwood wurde. Die Tatsache, dass sie der jüngste Detective der Station waren, machte ihn sehr stolz und er bewahrte sogar Zeitungsausschnitte auf, um dies zu beweisen. Er war überglücklich, als in der Zeitung stand, dass du gut in Kriminologie bist und er brach fast in Tränen aus, als die Zeitung dich als Meister des Tatorts bezeichnete, so Marianne. Er sagte, das läge an all den Sendungen von Columbo und CSI, die ihr zusammengesehen habt, als ihr klein wart. Er hoffte, du würdest es nach Chicago oder in eine andere große Stadt schaffen und größere Fälle übernehmen. Als Jenny dem Leben ihres Vaters nach der Scheidung zuhörte, konnte sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Das Treffen mit Marianne, mit der sie gelegentlich korrespondiert hatte, war eine Erleichterung. Es schien ihm in seinem neuen Leben so gut zu gehen, wie es nur ging. Er schied zufrieden aus dem Leben. In ihrem letzten Gebet während der Beerdigung lobte sie Gott dafür, dass er ihm Ruhe gewährte. Während der gesamten Totenwache und der Beerdigung hatte Angela versucht, wieder mit Jenny in Kontakt zu kommen. Das Mittagessen nach dem Gottesdienst ließ sie mit einer unpassenden Bemerkung im unpassendsten Moment völlig verpuffen. Als sie allein in dem verlassenen Raum saßen, ergriff Angela schließlich das Wort »Jenny, ich habe endlich meinen Frieden gefunden.« »Wovon redest du, Mutter?« »Ich konnte in den letzten Jahren keine Beziehung führen, weil ich Angst hatte, dein Vater würde sie umbringen.« Es klang unglaublich für Jenny. »Die Polizei hat ihn entlastet.« »Aber jetzt bist du froh, dass er weg ist und du schlafen kannst, mit wem du willst? Du bist genauso ein Stück Scheiße wie vorher. Ich hatte gehofft, du würdest dich ändern. Aber jetzt hoffe ich, dass du in der Hölle verrottest.« Ein Schauer lief Angela über den Rücken. »Du verstehst nicht.« Ihre Worte wurden abrupt unterbrochen, als sie sagte »Auf Wiedersehen, Mama. Viel Glück mit deinem Sexleben.« Das war das Ende des Gesprächs mit ihrer Mutter. Zehn Monate später wurde Charlie in einem exklusiven Steakhouse Ernst. während Angela mit ihm essen ging. »Angela, diese letzten acht Monate waren so wunderbar für mich.« Und sie drückte seine Hand und flüsterte »Für mich auch, Charlie.« Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder lieben würde. Aber wir haben uns gefunden. Angela, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?« Angela atmete tief durch und sagte »Ja.« »In der Tat, ich will dich heiraten.« Dann entspannte sie sich und dachte »Er ist tot.« »Der Schmerz in ihrem Bauch war etwas, wovor ich mich fürchten würde.« »Ich habe keine Angst vor irgendetwas.« Charlie saß eine Woche später auf seiner Terrasse und dachte über die bevorstehende Hochzeit und die Aussicht nach, Angela in sein Haus zu holen. Er atmete tief von seiner kubanischen Monte Christus Jus II ein und stieß einen zufriedenen Seufzer aus, als er die Pistole an seine Schläfe führte und den Abzug betätigte. Unter dem großen Aschenbecher auf dem Tisch war eine Nachricht versteckt, während er die Waffe in seine Handfläche und die Zigarre in den Aschenbecher legte. Der Preis ist vollständig bezahlt. Nachdem sie mit Detective Jordan gesprochen hatte, legte Angela den Hörer auf. Ihr Gesicht war feucht von den Tränen des emotionalen Gesprächs. Sie holte ein Fläschchen mit Schlaftabletten, das sie in ihrem Badezimmer aufbewahrte, obwohl sie schon lange keine mehr gebraucht hatte. Nachdem sie einen Umschlag eingeworfen hatte, ging sie nach draußen zu ihrem Briefkasten und hob die Fahne, um dem Postboten zu signalisieren, dass sie ausgehende Post hatte. Als sie im Bett lag, kamen ihr die Erinnerungen an ihre Hochzeit mit Steve in den Sinn. Jennys berufliche Erfolge zauberten ein Lächeln in ihr Gesicht. Auch Familienurlaube und Besuche im Park kamen ihr in den Sinn. Schließlich verspürte sie einen Anflug von Reue, weil sie Martin Schindler kennengelernt und er ihr Leben ruiniert hatte. Bevor sie in ihren letzten Schlaf fiel, betete sie, dass sie Steve bald wiedersehen würde und legte den Zettel auf ihre Brust. Das war ihre Botschaft. Mein Preis ist vollständig bezahlt. Mit einer Tüte Lebensmittel und der Post im Schlepptau ließ Jenny alles fallen, hängte ihre Schlüssel an den Haken und zog ihre Schuhe aus. Da ihr Mann Blake in der zweiten Schicht als Polizist arbeitete, konnte sie sich in aller Ruhe entspannen. Während sie sich ein Glas gesunden California Roots Cabernet einschenkte, ging sie zu dem Poststapel hinüber und bemerkte einen Zettel. Der Name des Absenders, Angela Johnson, ließ sie einen Schrei ausstoßen. Die letzte Nachricht ihrer Mutter an sie wurde aufgerissen und als sie sie las, sackte sie in ihrem Stuhl zusammen und ihre Augen tränten von dem Gewicht der Bedeutung, die hinter dem Tod ihrer Mutter stand. Sie sprach zu dem leeren Haus und rief, Wow Mutter, wow! Sie griff nach ihrem Handy und wählte eine Nummer. Jordan. Detective Jordan, hier ist Jenny Stanger, die Tochter von Steve und Angela Johnson. Entschuldigen Sie, Madam. Es tut mir leid zu erfahren, dass ihre Mutter sich das Leben genommen hat. Mit freundlichen Grüßen. Ihre hat Ihnen wenigstens ein bisschen Graben erspart. Ja, Ihre, aber nicht Harlands. Jenny, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe mit der Post einen Brief von meiner Mutter erhalten, ein Geständnis. Was? Was? schrie er wütend ins Telefon. Jeder der Selbstmorde ist ein Geständnis. Es scheint, dass sie wirklich verrückt war. Wow, ich bin schockiert. Mein Gott, der Herr! Sicher, ich würde mich freuen, Sie auf meinem Revier zu treffen, wann immer es Ihnen passt. Bin schon unterwegs. Damit schnappte sie sich die erste Seite, zündete sie in ihrem Kamin an und sah zu, wie sie ganz durchbrannte. So wie der Brief geschrieben war. An meine geliebte Jenny. Als letzten Akt der Buße biete ich dir dies an. Meine unsterbliche Liebe zu dir, dem Objekt meiner unendlichen Zuneigung. Meine Entschuldigung für das Leid, das ich dir zugefügt habe. Und mein Bedauern darüber, dich und deinen Vater verletzt zu haben, die beiden Menschen, die ich mehr liebe als alles andere auf der Welt. Ich hätte wissen müssen, dass du es sein musstest, als Charlie ermordet wurde, und ich übernehme die volle Verantwortung für die Strafe, die du mir auferlegt hast. Es tut mir leid, dass ich dich dazu gebracht habe, mich auf diese Weise zu bestrafen. Und ich bete, dass du und dein Vater endlich von den Qualen meines Verrats geheilt werden könnt. Dieses Papier muss vernichtet und Seite 2 der Polizei übergeben werden. Sie enthält mein Geständnis. Ich schenke dir deine Freiheit und übernehme die volle Verantwortung für alles, was zwischen uns geschehen ist. Ich werde nie in der Lage sein, die Jahre, die wir getrennt von deinem Vater verbracht haben, oder den Schmerz, den du ertragen musstest, wieder gut zu machen. Aber vielleicht reicht das aus, damit du mir vergibst und Frieden findest. Mögen du und Blake eine lange und glückliche Ehe führen. Gib nicht jedem nach, der versucht, dich von Blake zu trennen. Ich bete dafür, dass du meinen zukünftigen Enkelkindern von den schönen Zeiten erzählst und nicht davon, wie ich unser Leben ruiniert habe. Mein Herz ist erfüllt von Liebe für dich. An meine Mutter. Nebenbei bemerkt, geh bitte zu jemandem und hol dir die Hilfe, die du so dringend brauchst. Hallo Jenny. Wenn du dies erhältst, werde ich bereits tot sein. Die Last meiner Schuld ist zu groß für mich geworden und ich habe sie an jedem Einzelnen der Männer ausgelassen, die meine Liebhaber waren und die dafür verantwortlich waren, dass ich deinem Vater entrissen wurde. Ich gehörte ihm immer und vielleicht kann ich jetzt wieder mit ihm zusammen sein. Ich bitte demütig um Verzeihung. Du bist mein Ein und Alles und es tut mir leid, dass ich unser Leben durcheinander gebracht habe. Unsere Familie war idyllisch, bis Martin auftauchte. Liebe Mutter. Detective Jordan führte Jenny zu seinem Schreibtisch und nachdem sie sich begrüßt hatten, setzte Jenny sich hin. Nachdem er den Brief beendet hatte, sprach er die Worte Jesus, Jenny, es tut mir leid. Ich kann es immer noch nicht glauben, weißt du? Ich habe jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen, nachdem sie meinen Vater so behandelt hat, also muss sie schon vor Jahren völlig durchgedreht sein. Erstaunlicherweise hat sie sich weiterhin mit der Absicht verabredet, die beiden zu betrügen. Heiliger Strohsack, ich verstehe das nicht. Wenn man davon ausgeht, dass sie es war, ergibt das durchaus einen Sinn. Ihr Alibi war für zwei der Morde fragwürdig. Wir hatten einfach nicht genügend Beweise und konnten sie am Tatort nicht ausfindig machen. Aus irgendeinem Grund habe ich immer deinen Vater oder Schindlers Ex-Frau verdächtigt. Aber wir konnten keines der beiden Alibis widerlegen. Nun, ich bin erleichtert, dass es vorbei ist. Alles, die Morde, ihr Leiden und so weiter, Detective, gute Besserung. Ihnen auch. Ein meilenweites Grinsen breitete sich auf Jennys Gesicht aus, als sie den Kopf schüttelte und aus dem Polizeirevier ging. Als sie die Tür zu ihrem Auto öffnete, hielt sie inne, blickte in den Himmel und flüsterte, Danke, Mom. Egal, wo du bist, ich bete, dass du Daddy findest.